Der Familienbetrieb Grünert ist spezialisiert auf die Herstellung von kompletten Einfriedungen. In unserer Schlosserei werden jährlich ca. 350 Tonnen Stahl verarbeitet und ca. 1000 Tore und Türen hergestellt. Darüber hinaus montieren wir Zäune aus verschiedensten Materialien, wie Stahl, Holz, Aluminium oder Kunststoff, darunter zahlreiche Maß- und Sonderanfertigungen. Derzeit zählt die Firma Grünert im Zaunbau zu den drei leistungsfähigsten Spezialunternehmen Süddeutschlands. Zu unserem Kundenstamm zählen viele langjährige Kunden. Vom privaten Gartenzaun bis zur industriellen Grundstückseinzäunung. Wir haben individuelle Lösungen für Sie parat. Überzeugen Sie sich selbst!